Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Testbericht für www.funkopfhörer-infos.de. Vor ein paar Tagen habe ich ja bereits ein TWS-Modell getestet und zwar von Holy High. Heute schieße ich ein weiteres Modell nach und zwar dieses Mal den Havit oder Havit, ich weiß nicht wie man es ausspricht, ich sage einfach mal Havit. Und zwar ist das der i95, den haben wir hier, das ist wieder ein TWS-Kopfhörer mit einer Ladeschale und hier steht Wireless Stereo Headset, also okay Stereo, klar Headset. In der Form eigentlich sind das alles Bluetooth-Kopfhörer und wenn da eben ein Mikrofon verbaut ist, dann kann man es auch als Headset benutzen. Wie gesagt, werde ich aber das Mikrofon wieder testen, dann könnt ihr das selbst entscheiden, ob man damit gut telefonieren kann. Den Kopfhörer seht ihr jetzt hier, ich drehe den mal kurz. Auf der Rückseite gibt es ein paar kleine Infos. Wir haben Bluetooth 5.0, Reichweite 10 Meter, also Standard quasi, i95 der Modellname. Dann gibt es einen Akku in den Ohrstöpseln, 30 mAh. Und die Station, die hat wohl einen 500 mAh Akku verbaut. Die Sprechzeit liegt hier bei 3 Stunden, steht hier, aber wie lang der läuft, steht hier nicht drauf. Das werde ich jetzt testen, beziehungsweise noch in der Anleitung schauen, vielleicht kommt da noch was. Und ich ziehe jetzt erstmal hier den Deckel ab. Das ist eine rote Verpackung, hier gibt es keine weiteren Infos, die irgendwie wichtig wären. Deswegen werde ich jetzt hier direkt alles aus der Verpackung rausholen. Und zwar ist das hier in so einem Kunststoffteil alles drin. Okay, darunter haben wir erstmal hier Ladekabel, Micro-USB, also der Standard quasi. Dann gibt es hier noch eine kleine Like-Info, also so eine Werbekarte. Und die Anleitung, sehr, sehr klein, die seht ihr hier. User's Manual, da schaue ich gerade mal nach, wie es hier mit Deutsch aussieht. Die U, das ist extrem klein geschrieben, da wird der eine oder andere eine Brille brauchen. Also Deutsch gibt es auf jeden Fall, wird hier erklärt auf Deutsch. Und kurz und knapp, da schaue ich dann natürlich als nächstes auch rein. Dann gibt es natürlich auch hier wieder Ersatz-Ohrpolster. Und zwar ein Paar ist wie bereits aufgezogen, das ist fast immer so. Und hier liegen dann noch zwei Paar bei. Die Größen sind in der Regel quasi groß, Mitte und klein. Und klein ist hier, muss ich sagen, wirklich sehr klein. Also das ist klein, das ist hier Maximum quasi groß. So sehen die aus. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Interessanten. Das ist die Ladebox hier. Die ist sehr klein. Seht ihr hier, sieht aus wie ein kleines Ei. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ladeanschluss, eine LED. Und die mache ich auch direkt auf. Da werden die Kopfhörer dann eingelegt. Links und rechts steht hier auch. Dann ist das passgenau, das seht ihr. Ihr seht hier oben quasi einen Eindruck, der das Ganze auch festhält. Das heißt, die können da drin nicht rumwackeln. Das werden wir aber später noch sehen. Was ich jetzt mache ist, ich lege die kurz beiseite. Und werde jetzt die Ohrstöpsel hier herausnehmen. Da sind auf der Seite noch solche Schutzfolien drauf. Die ziehe ich direkt gerade mal ab. Das Ganze ist hier, so wenn ich das richtig sehe, Touch-Displays. Zwei LEDs, das ist hier mit Klavierlack. Deswegen ist das auch von diesen Schutzfolien überzogen. Oder mit denen, die lege ich jetzt mal beiseite. Die kleben an den Händen gerade. Und die Kopfhörer legen wir halt einfach hier ein. Zack, ihr hört das Klicken auch schon. Das ist also magnetisch. Das heißt, der Magnet sorgt dafür, dass das Ganze hier festsitzt. Und auch nicht verwackelt. Und der fängt jetzt auch schon direkt an zu laden. Leuchtet hier rot. Ich klappe die Box jetzt mal zu. Die ist auch magnetisch verschlossen. Das heißt, hier, ihr seht, da öffnet sich nichts. Magnetverschluss, so wie das bei den neueren Modellen oft der Fall ist. Das hebt einfach alles dadurch besser. Und lädt auch sicher. Denn die Ladekontakte können sich da nicht lösen. Das war es jetzt hier schon vom Lieferumfang. Kopfhörer, Manual. Hier die Doppelverpackung, nenne ich das jetzt mal. Dann haben wir natürlich das Ladekabel. Die Polster. Und noch diese Werbekarte. Das war jetzt auf jeden Fall hier der Lieferumfang. Wie immer der erste Teil. Und ich werde mir jetzt alles hier sehr genau anschauen. Ich werde mir eine Testaufnahme machen. Wie hört sich denn das Mikrofon an? Wie funktioniert hier der ganze Ladeprozess? Wie lange halten diese Dinger eigentlich? Wie ist so der Klang? Wie finde ich das? Werde ich da einen Equalizer einsetzen oder nicht? Und dies und mehr gibt es nun im Anschluss. Aufladen und Pairing. Die Ladebox hat einen 500 mAh Akku verbaut und die Kopfhörer besitzen laut Angabe jeweils einen 30 mAh Akku. Das ist eine deutlich geringere Kapazität als viele andere Modelle, denn da wird meist 50 bis 60 mAh angegeben. Der Kopfhörer hat in meinem Praxishest bei ca. 80% Lautstärke etwa 3 Stunden und 20 Minuten gehalten. 80% entspricht hier der Lautstärke, auf der ich immer höre. Die Laufzeit hat mich aufgrund der geringen 30 mAh Kapazität allerdings überrascht. Die Ladezeit des Kopfhörers liegt bei 1-2 Stunden. Genaue Angaben habe ich allerdings keine gefunden. Da die Ladebox über einen Akku verfügt, können wir die Kopfhörer auch unterwegs mehrmals aufladen. Wenn wir die Kopfhörer in die Ladebox einlegen, dann leuchten die LEDs orange. Nach 2 Stunden, wenn die Kopfhörer voll sind, leuchten diese bei mir allerdings immer noch orange. Auch nach 4 Stunden leuchten sie noch orange. Ich weiß aber, dass sie nach 2 Stunden voll geladen sind, aber visuell sieht man das nicht, bzw. ich wüsste nicht wie oder wo. Die Schale hat auf der Rückseite eine LED, die während des Ladevorgangs orange leuchtet. Geht sie aus, so ist der Akku der Ladebox voll geladen. Nehmen wir die Kopfhörer aus der Ladeschale, dann blinkt die LED am rechten Stöpsel abwechselnd weiß und orange. Daran erkennen wir, dass der Pairing-Modus aktiv ist. Wir öffnen die Bluetooth-Einstellung nun und wählen hier den i95 aus. Alles ist verbunden, los geht's. Elemente Der Heavit i95 hat auf der Außenseite jedes Kopfhörers eine Touchfläche. Diese befindet sich dort, wo ihr die Klavierlack-Optik seht. Neben der Touchfläche befinden sich auch die LEDs. Diese blinken aber hier nicht, wenn der Kopfhörer aktiv ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ein einfaches Tippen hat keinen Effekt. So kann man nicht aussehen eine Aktion auslösen. Um Musik zu pausieren oder fortzusetzen, muss man doppeltippen, egal ob links oder rechts. Wenn wir zum nächsten Lied springen, dann müssen wir die rechte Touchfläche tippen und drei Sekunden halten. Um zurückzuspringen, müssen wir genau diese Aktion auch links durchführen. Um den Sprachassistenten des Handys zu öffnen, muss eine der Touchflächen dreimal angetippt werden. Das ist dann etwas umständlich und das Timing nicht so leicht zu treffen. Ich habe das nicht bei jedem Versuch gleich geschafft, beziehungsweise da habe ich immer ein paar Versuche gebraucht. Anrufe kann man aufverwalten und die Funktionen findet ihr im Testartikel, Link unten in der Videobeschreibung. Verarbeitung, Tragekomfort und Design Die Stöpsel bestehen aus Kunststoff und die Außenseite hat eine Klavierlackoptik. Sie wirken solide und entsprechen der Verarbeitungsqualität der anderen Modelle in dieser Preisklasse. Es ist keine IP-Klasse angegeben, aber wie die meisten Modelle könnte man sie theoretisch auch beim Sport anziehen. Theoretisch deswegen, weil sie keinen so guten Halt bieten wie Modelle mit Hooks. Ich würde sie nicht beim Sport tragen, da sie sich permanent durch Bewegung leicht lösen könnten. Ein Stöpsel wiegt nur 4 Gramm, das ist angenehm leicht. Der Halt bei diesen Stöpseln hängt aber auch stark von der Fläche vor dem Gehöreingang ab. In den Bildern seht ihr genau, wie das bei mir aussieht und was ich meine. Die Kopfhörer liegen quasi in der Muschel so drin, das heißt, wenn die bei euch unterschiedlich groß ist oder zu klein, dann ist der Halt auch dementsprechend schlecht oder locker. Ich habe es mit den kleinsten Polstern getestet, da die bei mir am besten passen. Ich muss sie aber auch mit etwas Druck auf den Gehörgang einsetzen, damit der Klang gut ankommt. Die Ladeschale ist sehr schick und kompakt, die gefällt mir sehr gut. Leider geht es aber nicht nur um die Ladeschale. Sie ist etwa 6,5 cm lang, 4,5 cm tief und etwa 3,5 cm hoch. Ihr Gewicht liegt mit Stöpseln bei ca. 46 Gramm. Der Verschluss ist ein Magnetverschluss, das heißt, der Deckel hält magnetisch fest. Auch die Stöpsel halten magnetisch in den Lademulden fest. So haben sie beim Laden immer gut Kontakt, eben dass der Ladekontakt hergestellt ist. Klang. Der Klang hat mich nicht so ganz überzeugt. Der Kopfhörer hat für meinen Geschmack zu wenig Bass. Das fällt vor allem bei Powermusik, Rap, Rock oder Drum'n'Bass auf. Wenn ich ihn stark ans Ohr drücke, wird der Bass stärker. Aber so sitzen die Kopfhörer natürlich nicht alleine fest. Den Bass können wir mit einem Equalizer hier auch leider nicht gescheit verstärken, das klappt so einfach nicht. Zudem gibt es ein hörbares Grundrauschen, was bei Hörbüchern stört. Bei lauter Musik ist es aber wie immer unhörbar. Jetzt ist es aber so, dass ich im rechten Hörer auch noch ein permanentes leises Störgeräusch höre, so wie ein leichtes Krisseln oder Kratzen. Dieses Geräusch ist zwar sehr leise und man hört es auch bei lauter Musik nicht, aber beim Telefonieren oder Ton mit leisen Passagen ist es hörbar und nervt. Die Frage ist, ob das ein Montagsmodell ist oder ob das auch bei anderen Nutzern so auftritt. Das Mikrofon hat mit meinem MotoG4 recht viele Aussetzer, wo der Ton plötzlich sehr leise wird. Wenn ich den Stöpsel jedoch in die Hand nehme, dann ist das nicht so. Aber hört selbst, denn jetzt folgt wie immer eine Testaufnahme mit dem Mikrofon. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Pony 590. Eines kann ich direkt sagen, ich höre im rechten Ohrhörer ein ganz leises Störgeräusch, allerdings nur rechts. Ich habe den schon mehrfach verbunden. Das ist aber immer noch da. Und wie gesagt, es ist nur leise, es ist aber auf jeden Fall da. Das ist auf jeden Fall eine Testaufnahme mit dem Mikrofon, der Kopfhörer, also des Kopfhörers. Und ich werde jetzt den rechten Stöpsel einmal herausnehmen. Ich nehme den rechten Stöpsel jetzt einmal heraus und halte den von meinem Mundschirm mit der Hand ab und drehe den auch mal, spreche mal von der anderen Seite rein. Und das war der rechte Stöpsel, den stecke ich jetzt wieder zurück ins Ohr. Es regnet außerdem im Hintergrund. Das heißt, wenn man da so ein Trommeln hört, dann ist das der Regen, der auf die Dachfenster fällt. Ich nehme den linken Stöpsel auch nochmal heraus, halte den in der Hand, spreche drauf ein, Abstand wieder so in der Handbreite, schirme den ab, spreche darauf ein. Und ihr habt jetzt eben gehört, wie sich alles anhört. Und könnt euch jetzt aufgrund dieser Testaufnahmen euer eigenes Bild von der Mikrofonqualität machen. Fazit Der i95 ist mit knappen 30 Euro ein preiswertes Modell. Im Sale gibt es den manchmal auch schon für 20 Euro. Also preiswerter gibt es solche TWS-Modelle eigentlich nicht mehr. Also unter 20 Euro habe ich noch nie irgendwas gesehen. Allerdings hat er mich nicht so ganz überzeugt. Im Sport würde ich ihn nicht einsetzen, da der Halt hier für mich nicht ausreicht. Die Stöpsel sind sehr leicht, aber ich bevorzuge Gummihooks, da ich mich meist bewege und nicht auf der Couch liege. Mit Gummihooks ist der Halt einfach besser. Beim Klang haben sie mir einfach nicht genug Bass, auch nicht, wenn ich sie perfekt positioniere. Den Klang hatte ich zuvor ja bereits genauer erläutert. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und könnt selbst entscheiden. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Produkt und zum Testartikel findest du unter dem Video. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir.